Yo Leute, was geht? Heute gibt es mein Elfmeterschnitt-Challenge. Fangen wir gleich an. Ciao! Who are you? I got a little beat, holla at me. You're my boy. I got a little beat! Holla at me! I got a little beat. So Leute, das war's mit dem Video, schaut mal bei garbleck vorbei und ja, und gebt den Daumen hoch, tschau.